Musik Hier kommt der Held unserer bunten Dschungelwelt Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann Doch am besten schaut ihr euch das selber an Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da Freunde wie die Schlange K. und wie Balou der Bär Bösewicht Schirka, der jagt vergeblich hinterher Mogi, unser Held in der bunten Dschungelwelt Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein Auf der Abenteuerjagd, ja wer Abenteuer mag Ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch Denn Abenteuer gibt es hier genug Also ich bin Held der Bösewicht, das ist Ich bin Held der Böse mit dabei Und ich bin Held der Bösewicht Ich bin Held der Bösewicht Und ich bin Held der Bösewicht Das ist hinterher Bösewicht Oh ja, da kommt ja endlich unser Mittagessen. Kommt nur, ihr kleinen Gazellen. Kommt brav zu Bakkus. Pass auf, dass diesmal nichts schief geht, Mowgli. Hey, warum sagst du denn sowas ausgerechnet zu mir? Du würdest nicht zum ersten Mal eine Jagd verderben. Was, ich habe noch nie was verdorben. Vorsicht, du verjagst uns noch die Gazelle. Ich sag's ja. Hinterhalt, haltet die Erde auf. Also dann mal los. Nur nicht drängeln. Mein Mittagessen, oh, nun lauf doch. Oh, 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 oh. Mowgli, du nicht zuletzt, du hast wieder alles verdorben. Hör mal, ich bin an dieser Pleite nie im Lebensholt. Oh, meine armen Füße und kein Mittagessen. Warum hast du uns eigentlich den Hügel runtergeschubst? Wenn du nicht dazwischen gestolpert wärst, hätten wir die Gazellen bestimmt erwischt. Wir hatten schon alle Hände voll mit Mowgli zu tun. Was? Ja, Entschuldigung. Ich habe wohl vor lauter Hunger den richtigen Absprung verpasst. Absprung, du Fettsack. Du bist kein Jäger. Du solltest zu Hause bleiben. Was geht hier vor? Hey, Bakkus hat die ganze Jagd verdorben. Wir sollten ihn künftig besser zu Hause lassen. Ich bin genauso ein Wolf wie ihr. Ich will auch jagen. Dann solltest du erst mal laufen üben. Das reicht. Die Jagd ist vorbei. Kommt. Du solltest erst mal seine Ruhe laufen üben. Hört auf zu jammern und kommt schon. Hey. Boah, bin ich hungrig. Wenn Bakkus nicht so ein Dussel wäre, dann hätten wir etwas Vernünftiges zu essen. Aber Mowgli. Was denn? Meinst du wirklich ernst, was du da sagst? Aber klar doch. Das ist mein voller Ernst. Bakkus, der Tollpark, schreibt alles verdorben. Wie wäre es denn, wenn du an Bakkus Stelle wärst? Hättest du es gern, wenn alle über dich lästern? Nein, natürlich nicht. Bakkus hat sich sicherlich sehr angestrengt. Hast du mal darüber nachgedacht, wieso Akela nichts dazu sagt? Äh, nein. Weil wir eine Familie sind. Bakkus gehört dazu, auch wenn er kein guter Jäger ist. Er hat andere Vorzüge, denn es gibt noch viele Dinge außer der Jagd. Außer der Jagd? Agro hat gesagt, wir sollten ihn besser zu Hause lassen. Also dann bis später und pass gut auf sie auf, Bakkus. Klar. Hey, hey. Warte mal. Oh prima, Onkel Bakkus ist da. Bakkus, bitte bitte mit uns. Was wäre denn, wenn jemand zu Hause bleiben würde? Wölfe, die gerade Junge bekommen haben, könnten niemals auf die Jagd gehen. Stimmt. Bakkus achtet auf die Jungen und tut damit etwas sehr Nützliches. Das schon. Und darüber hinaus ist er doch sicher auch ein guter Freund von dir. Was? Ein Freund? Klar, und du kannst gar nicht genug gute Freunde haben. So wie dein Vater mit Vermilien befreundet war. Äh, na schon, wenn du meinst. Na, warte. Oh nein, das halte ich ja wohl im Kopf nicht aus. Was ist denn das muss für ein Dschungel hier? Na warte, ich krieg die schon noch. Nächstes Mal. So einen Dschungel habe ich ja noch nie gesehen. Puh, wie Teufel ist das hier ungemütlich. Ah, ich habe es doch gleich gesagt. Und dabei habe ich so einen Hunger. So was gibt es doch sonst nur im Film. Unfassbar. Ein Kaninchen, das auf Bäume klettert. Ja. Guckt sich das einer an. Das Kaninchen hockt tatsächlich auf dem Baum. Von wegen Kaninchen. Ich bin ein ganz normaler Panda. Ach was. Du bist aber ein ziemlich komischer alter Hund, Opa. Was heißt denn hier Hund? Ich bin ein ausgesprochen ehrenwerter Wolf. Das sollte ja nur ein Witz sein. Das ist ja wohl die Höhe. Alte Leute verhalbern. Wo bin ich da bloß reingeraten? Oh. Ach, ich hasse den Dschungel. Vernünftige Wölfe gibt es hier wohl nicht zufällig. Selbstverständlich. Einer von ihnen ist ganz lang und dünn. Du wirst dich wundern. So? Ein ganz langer, dünner Wolf? Weißt du zufällig, wie er heißt? Er ist mein allerbester Freund. Sein Name ist Mowgli. Mowgli ist der Sohn von Alexander. Hat er mir nichts von erzählt? Alexander. Langsam, langsam. Nicht zu verstürzen, Freunde. Wir sind doch sozusagen quasi verwandt. Ach je. Scheint euch wohl nichts beeindrucken, nicht? Wenn das so ist. Verstärkung. Hey, bist du in Ordnung? Bis auf die Knochen, da steckt der Schreck drin. Dies ist das Jagdrevier der Schakale. Mach lieber einen Bogen drum, mein Freund. Warte doch mal. Ich möchte mich ja wenigstens noch bei dir bedanken. Sag mir bitte deinen Namen. Ich heiße Alexander, weißt du? Und solltest du mal zum großen Fluss kommen, schau ruhig bei meinem Rudel vorbei. Ein netter Haufen. Mach's gut, mein Alter. Na sowas. Wirklich ein feiner Kerl. Schläfst du, Opa? Sag mal, wo kann ich Alexander und sein Rudel finden? Ach, Alexander ist doch schon vor ewigen Zeiten gestorben. Der Ernste? Sein Rudel findest du auf den Felsen hinter der Steppe. Damit hätte ich sogar den großen Helden überlebt. Hey. Das ist ja wirklich ein Jammer. Weit und breit keine Antilupe zu sehen. Da rostet ja der beste Jäger ein. Ich würde mir so gern mal wieder den Bauch vollschlagen. Ach, unsere zwei Kaninchen sind noch nicht mal was für den hohen Zahn. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was Fressen ist. Wenn die Gezellen zurückkommen, fällt es dir bestimmt wieder ein. Ah, lecker. Bacchus! Ich dachte mir, ich sollte dieses Kaninchen vielleicht schnell mal bei Aquila vorbeibringen. Versteht ihr, ein Vorrat ist wichtig in solch harten Zeiten. Ja, sicher, aber ich sehe ehrlich gesagt nur einen kleinen Fettsack, der sich um seine Figur sorgt. Mogli! Ja? Hallo, Sura! Da ist ein Wolf, der behauptet, ein alter Freund von unserem Vater zu sein. Ein Freund von Papa? Da bin ich aber gespannt. Ich bin gelaufen und gelaufen durch Eis und Schnee auf der endlosen Suche nach Beute. Ich war ja damals noch ziemlich jung. Irgendwann traf ich dann den guten Alexander und als ich merkte, dass er wie ich das Abenteuer suchte, wurden wir prima Freunde. Wir sind eine ganze Weile zusammengeblieben. Ich erinnere mich noch gut an Alexanders Reise. Sie dauerte drei Jahre. Und als er zurückkam, war er ein Held. Aquila! Hallo, Aquila! Da bin ich, Aquila! Wie schön, dass du endlich da bist, Mogli. Mogli ist auch dabei. Na so, was? Der lange, dünne Wolf ist ein Männchen, Junges. Ich möchte dir Alexanders und meine Kinder vorstellen. Aquo, Suara und Mogli. Und das ist Fagas, Papas Freund. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aquo! Ach, Alexander. Er machte damals eine lange, lange Reise, noch bevor wir Mann und Frau wurden. Eine Abenteuerreise in die Welt. Jeder Anführer eines Rudels hat irgendwann mal als einsamer Wolf eine solche Reise gemacht. Warst denn du auch, Opa? Selbstverständlich. Entschuldigung. Wenn du vielleicht Hunger hast, kann ich dir eins von den Kaninchen anbieten. Oh, warte, das ist die eiserne Reserve. Bakus! Ja, aber... Aber ein Kaninchen bleibt doch über. Nicht gerade viel. Die Zeiten sind ziemlich schlecht. Da ist dein Vorrat wichtig. Doch wenn du möchtest... Ich bin so frei. Lass es dir schmecken. Bakus, bring bitte das andere her. Oh, Baguera, wo hast du dich denn so lange rumgetrieben? Naja, ich hab Beute gesucht. Zwei Tage bin ich gerannt, aber... Erfolglos? Wo ist Mogli? Ach, ein alter Freund von Alexanders zu Besuch. Ein alter Freund von Alexander. Genau. Damals, als ich euren Vater Alexander zum ersten Mal traf, war es ziemlich windig und ungemütlich draußen in der Steppe. Genau wie die Wölfe jagen die Löwen in Rudeln. Doch da sie in jenem Jahr kaum Beute fanden, waren sie bei der Jagd nicht sehr wählerisch. Ich danke dir. Vergiss, es war eine Kleinigkeit. Komm schon, wir verdurfen. Au! 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 »Ja, vielleicht einsschlaut.« »Du willst noch stärker als mein Vater gewesen sein?« »Was? Nein, nicht direkt. Alexander und ich sind etwa gleich stark gewesen.« »Was für Abenteuer habt ihr noch zusammen erlebt?« »Ach, wo soll ich denn da anfangen?« »Ah, vielleicht interessiert euch ja die alte Geschichte, wie ich Anführer eines Riesenrudels war.« »Bist du etwa auch einsamer Wolf auf der weiten Reise gewesen?« »Auf ich einsam? Ja, natürlich. Verreist bin ich auch ganz gern. Aber was hat das mit Alexander zu tun?« Ach ja, richtig, da war die Sache mit der Riesenechse. Also, das Ganze liegt schon wirklich eine Weile zurück. Ich und mein Freund Alexander waren in den großen Bergen, hinter der großen Wüste, hinter dem großen Fluss unterwegs. Komm, der Kollege muss geholfen werden. Wie stellst du dir das vor? Wir kämpfen erstmal los und denken später schon. Diese Echse muss ja wirklich gewaltig gewesen sein. Ach, du bist es. Das ist Opa Fargas, ein alter Freund von Papa. Ich hab's schon gehört. Ich bin ja auch ziemlich weit hier im Dschungel rumgekommen. Aber so eine riesige Echse habe ich noch nie gesehen. Das war auch nicht im Dschungel, sondern in den Bergen. So ein großes Reptil lebt dort oben in der Kälte? Ja, aber was kann ich dafür, wenn du es nie gesehen hast? Bagheera, du bist nicht gerade höflich zu dem Freund meines Vaters. Bitte um Entschuldigung. Andererseits könntet ihr auch, statt den wunderlichen Geschichten dieses Herrn zu lauschen, ein bisschen jagen, um den eisernen Vorrat zu vergrößern. Was heißt denn hier wunderlich? Genau, selbst wenn du Bagheera bist, kannst du ruhig höflich sein. Ach, Kinder, eure schwarze Katze scheint mich nicht besonders zu mögen. Warte, Opa Fargas, wo willst du denn hin? Ich werde weiter einsam und verlassen meiner Wege gehen. Ach, wenn doch euer armer Vater leben würde, der könnte bestätigen, dass ich nichts als die Wahrheit erzähle. Warte mal, Opa Fargas, ich bin Alexanders Sohn und ich sorge dafür, dass dich keiner vertreibt. Aber Mowgli... Ja, 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 ich gehe gleich jagen, also lass mich bloß in Ruhe. Schon gut, ich habe verstanden. Bitte, bitte, Opa Fargas, erzähl uns noch ein kleines Abenteuer. Dabei fällt mir ein, habe ich euch schon die Geschichte von mir, Alexander und dem Riesen-Nason erzählt. Los, erzähl! Oh ja! Wisst ihr, es war so ein schöner Tag wie heute. Das war's für heute. Hey, ein Häschen. Ich hol's mir. Aufgepasst, Mowgli! Mowgli, wo bist du denn hin? Egal. Wenn ihr euch aufteilt, in einer Reihe bleiben und verliert nicht den Anschluss. Ich kann vor lauter Hunger kaum noch laufen. Wie sollen wir denn so die Garzellen einholen? Oh je. Akela, bitte. Nun kommt schon. Wir gehen gemeinsam zum Versammlungswesen. Wird auch Zeit für die eiserne Reserve. Na, da wird sich Bakkus aber freuen. Der kriegt nur eine halbe Portion, denn meistens hockt er sowieso zu Haus. Wo ist denn Mowgli? Keine Ahnung. Der ist vorhin ganz heimlich abgehauen. Da ist er selber schuld, wenn er nun nichts von der eisernen Reserve abbekommt. Los, gehen wir. Oh Mann, mir ist schon ganz schlecht vor Hunger. Hoffentlich haben die anderen was Leckeres gefangen. Hey, wer ist da? Ist ja putzig. Ich dachte, die sind alle auf der Jagd. Oh nein, das ist ja wohl eine Riesenschweinerei. Ich muss den anderen sofort Bescheid sagen. Bakkus, was machst du da? Ja, was soll ich sagen? Ich schnapp ein bisschen Luft. Bakkus, du lügst doch. Akila, schau her. Die eiserne Reserve ist aufgefressen. Ist nicht wahr. Hey, bleibt hier. Ihr macht die Fährte kaputt. Sag ehrlich, Bakkus, hast du wirklich die Reserve? Nein, ich war's bestimmt nicht. Ich kam zufällig vorbei, als jemand weglief. Glaubst du wirklich, dass du mit einer so blöden Entschuldigung durchkommst? Das ist die Wahrheit. Was ist denn hier los? Wo bist du denn gewesen? Bakkus, nun gib endlich zu, dass du die eiserne Reserve gefressen hast. Aber ich bin's nicht gewesen. Und wer war's dann? Wir haben dich ertappt. Habt ihr nicht? Hört mal her. Ich glaube nicht, dass es Bakkus gewesen ist. Ich auch nicht, denn Bakkus kennt das Gesetz. Bakkus hätte viel zu viel Angst, um eins der Gesetze zu brechen. Er hat sich eben einfach gedacht, er wäre verschwunden, bevor wir von der Jagd zurückkommen. Nein, nein, hab ich nicht. Halt, hört doch erst mal an, was Bakkus zu sagen hat. Warum hältst du denn plötzlich zu Bakkus? Sag mal, Mowgli, wo bist du eigentlich während der Jagd gewesen? Äh, ich? Könnt ihr ja sein, dass du denn komplett zu Verpackungs bist. Äh, wirklich. So, nun reicht's aber. In den Zeiten der Not ist es eine Todsünde, dem Rudel die eiserne Fleischreserve zu stehlen. Das wird mit dem Tode bestraft. Ich verspreche euch, wir werden den Schuldigen finden. Das war euer Held in der bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher, kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K. und wie Balou der Bär. Bösewicht, Schirka, der jagt vergeblich hinterher. Mogi, unser Held in der bunten Dschungelwelt. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Boca. 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 ...